Sie drücken K und es kommt KSS zu. Ein Problem. Fah, K, K. Sie ist Fee-Vollautomaten, auch zu Hause. Was darf's denn heute sein? Ein K-Kachino, ein Schoko-Kok oder doch lieber ein original französischer Kaffee-Null? Der Vollautomat bereitet Ihre Kaffee-Spezialität meist auch in der gewünschten Stärke zu. Doch bei Nutzen facher Dutzung am Tag und ist eine regelmäßige Reinigung und Wartung notwendig. Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem Vertrag. Und sollte doch einmal etwas kaputt gehen, geht was kaputt, lol. Soos oder Soos, wir bemühen uns um schnelle Hilfe, nicht. Spüren den Fehler auf und reparieren Ihren Kaffee-Vollautomaten, nicht. Wir lassen Sie im Regen stehen.